Ach und das war direkt bei ihr. Nice. Und da haben wir die Rose. Das war's. Was ist das? Dann, falls ihr je was braucht, schönen Tag auch. Seid vorsichtig da draußen. Hey, wie geht's euch? Bleibt sauber. Es gibt viel zu entdecken. Es ist eine Welt der Wunder. Schön, dass ich helfen konnte. Es ist ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Beeilt euch! Falls ihr je was braucht. Bleibt gut drauf. Bleibt sauber. Oh, wir haben schon wieder was von der Expedition. Seid vorsichtig da draußen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen... Mein Verrotten ist vielleicht versorgen, ja. Ähm... Wo müssen wir jetzt genau hin? Muss ich jetzt da runter? Muss ich da hoch? Man schauten muss ich runter. Okay, was muss ich da machen? Und die muss ich einfach nur umlegen, glaube ich. Die müssen wir retten. Ah, cool. Wir bekommen direkt vier Stück. Das ist schon mal schön. Achso, die muss ich umlegen und... Ja, muss ich sogar so dann looten, dann ist das ja ein Abwasch. Aber mir fällt gerade auch auf mit der neuen Peakora, die ich drin habe. Wird uns natürlich auch nicht alles angezeigt. Also wir sind Stufe 15. Wie viele haben wir denn überhaupt? Maximum 25? 25? Alle 25? Ne, die haben 30. Und die haben auch 30. Okay. Ein bisschen hier was zusammenpullen, ja. Vor allem, was ich doof finde, ist, dass dem mal automatisch das Ziel switcht. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel generell so ein bisschen zu leise ist. Kann ich hier unterbrechen. So, jetzt haben wir schon mal 17 von 20. Ah, schade, fünf von sechs. Aber die haben wir schon mal zumindest fertig. Was habe ich hier? Warte, ich brauche ich nicht mehr, aber okay. Jetzt habe ich so schnell nicht gesehen, was das genau war. Echt ey, das verrottene Fleisch war so, so nahm weg. Erinnert mich auch so ein bisschen, wie hieß das damals Pflanzen gegen Zombies. Das war auch eigentlich ein cooles Spiel. Habe ich auch mal sehr gerne gezockt. Ich nehme gerade nur die Leiche eines mechanischen Hühnchens auseinander. Es gibt übrigens auch jedes Mal 250 Rufs bei der Drachen-Schuppen-Expedition. Noch mal 250, das sind schon 750. Nicht gerade wenig. Und nun? Achso, dann legt das Kostüm an. Sehen wir nicht sexy aus hier. Gott, unserer coolen Nase hier. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, sind die uns gegenüber dann neutral oder? Ein Original von Hochprinzipan. Okay. Schäfkürchen der Materialchen. Hat die sogar einen... Die hat sogar einen Hut auf. Na geht's nicht? Okay, irgendwas habe ich... Falsch gemacht. Und jetzt habe ich schon wieder keine Musik hier drin, ne? Okay. Oder muss ich die angreifen? Sagte, kein Nachtisch. Aber ich kann auch nichts machen. Eeeh. Okay. Ich mache die Quest nochmal eben neu. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade verpackt ist. Ah. Okay, ich habe da irgendeinen Text wahrscheinlich. Natürlich hat er funktioniert. Okay. Jetzt kann ich das nicht annehmen. Oh, was ist denn schon wieder? Okay, ich kann die Quest hier annehmen. Läuft. Ich muss mal wieder spielen neu starten. Ich kann die Quest schon wieder nicht annehmen. Das ist wieder irgendein Bug im Spiel. So, Popi, bis nochmal. So. Achso, und legt eure neue Verkleidung an. Schick. Ich kann dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind alle sofort auseinander, ey, das ist doch doof.